Musik Einen schönen guten Morgen alle zusammen. Ich darf Sie hier sehr herzlich begrüßen zu unserem Aktionsplan Inklusion an der Universität Leipzig. Es ist eine gute Idee, einen Aktionstag Inklusion auszurichten, der die spezifischen Herausforderungen, Angebote und das Erreichte hochschulöffentlich vorstellt. Ich halte es für sehr gut, dass diese Veranstaltung nicht nur rein hochschulöffentlich organisiert ist, sondern die Partner in der Region und die Behindertenorganisationen der Stadt einbindet. Musik 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 Musik